Yes, I'm here. Frankie Schinkels, ich komme zu euch. Moderieren, singen. Ich nehme mit Marlena Martinelli, der beste Sängerin von der Steiermark. Wir zwar sind genial, aber ich werde noch mehr moderieren. Ich werde den Platz um drei und vier moderieren. Ich tippe einmal jetzt Brasilien gegen Deutschland. Es wird nicht leicht. 12. Juni in Braulaus Schloss, Eggenburg in Volkdorf. 18 Uhr beginnen wir, wie gesagt, singen und moderieren. Tickets? In der Türkei alles ausverkauft. In Rumänien gibt es nur noch vier und in Holland nur noch fünfe. Aber ich habe es noch die Möglichkeit, Tickets zu besorgen www.flora.at in Brauerei Schloss. Kann man nebenbei gut safteln oder bei Ferienregion Almtal. Alles um mich zu sehen und die Marlena Martinelli. Wie geht es euch? Wie geht es euch?